Wer selbst Kinder hat, weiß die Entspannung am Ende eines langen Tages zu schätzen. Das geht auch Gala-Moderatorin Annika Lau, 43, nicht anders. Gemeinsam mit Ehemann und Schauspieler Frederik Lau, 32, hat sie gleich drei Energiebündel, kein Wunder, dass da zu Hause immer was los ist. Wir treffen die Vollblut-Mama und ihre Familie kurz vor ihrer Gala-Premiere am 11. Juni 2022 in ihrem gemütlichen Heim. Im Video verrät Annika uns, worauf sie sich bei ihrem neuen Moderationsjob am meisten freut und gewährt uns exklusive Einblicke in ihre Privat-Gemecher. Annika Lau's Kids halten die Gala-Moderatorin fit. Ab dem 11. Juni 2022 heißt es für Annika Lau jeden Samstag um 17.45 Uhr bei RTL, It's Gala Time. Dort begrüßt die 43-jährige Woche für Woche einen prominenten Gast und wirft einen Blick in das Leben der Royals und Promis. Aber auch Fashion-Trends und Beauty-Tipps dürfen hier natürlich nicht fehlen. Annikas Gast in der ersten Gala-Sendung, Model Eva Pattberg, 42. Doch während Annika vor der Kamera mit den Stars plaudert und über die neuesten Promis-News schnackt, geht es im Haus der Moderatorin ganz schön trupellig zu, wie am Bahnhof, um genau zu sein. Schließlich wollen ihre drei Kids ständig bespaßt werden. So richtig wuselig wird's, wenn dann auch noch Ehemann Frederik viel früher nach Hause kommt, als ursprünglich geplant. Zeit für Sport bleibt Annika bei dem ganzen Alltagschaos nicht. Gut, dass das Haus viele Treppen hat, die ersetzen das Fitnessstudio bei dem ganzen Grenne schließlich bestens. Annika Lau öffnet Herz- und Kleiderschrank. Aber Annika zeigt uns nicht nur, wie sie und ihre Familie wohnen, sondern lässt uns sogar einen Blick in ihren Kleiderschrank werfen. Gala und exklusiv Weekend im TV und auf RTL Plus sehen. Annika Lau ist ab dem 11. Juni immer samstags ab 17.45 Uhr bei Gala zu sehen, und parallel zur TV-Ausstrahlung natürlich auch im Livestream auf RTL Plus. Ab dem 12. Juni entführt Frauke Ludowig uns mit exklusiv Weekend immer nach RTL aktuell um 19.05 Uhr in die Welt der Reichen und Schönen. Wer die Folgen nachholen möchte, kommt auf RTL Plus ebenfalls auf seine Kosten. Wer die Folgen nachholen möchte, kommt auf die Welt der Reichen und Schönen.